Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis vor kurzem war man der Meinung, dass man zum erfolgreichen Gärtner möglichst viele Spezialdünger braucht. Nicht selten ist es darum vorgekommen, dass man bis zu 10 verschiedene Dünger zu Hause hatte. Und vielleicht hat auch das dazu geführt, dass ein grosser Teil der Privatgärten überdüngt sind. Nach neuesten Erkenntnissen ist nämlich die Bodenstruktur und ein optimaler Standort für Pflanzen wichtiger als möglichst viele Dünger. Zudem weiss man durch Bodenproben, welche Nährstoffe und Spurenelemente im Boden entzogen worden sind und darum ersetzt werden müssen. Im GOP Ökoplan Universal Dünger sind alle Baustoffe, die Rosen und andere Blumen, Gemüse oder Beere brauchen, in ausgewogener Zusammensetzung enthalten. Er entspricht darum der Richtlinie der VSBLO, der Vereinigung der Schweizerischen Biologischen Landbauorganisationen, und ist mit den Bio-Knospen ausgezeichnet worden. Dieser Universal Dünger aus 100% Naturprodukt verbessert zudem die Bodenstruktur und ist nicht nur Nahrung für die Pflanzen, sondern auch für die unentbeerlichen Bodenlebewesen. Nach dem Gebrauch lässt sich die Verpackung, aus unschädlich vernichtbarem Material übrigens, wieder gut verschliessen. Wegen der Zerstörung der Moorlandschaften lehnen immer mehr Hobbygärtner den Einsatz von Dorf in ihren Gärten ab. Eine ökologisch sinnvolle Alternative können wir Ihnen aber auch hier anbieten. Der GOP Ökoplan Dorfersatz ist ideal zum Lüften und Lockern vom Boden und als Abdeckmaterial unterdruckt das reine Naturprodukt auch das Wachstum des Uchrauts, sorgt für eine gleichmässige Bodentemperatur und hält die Feuchtigkeit im Boden zurück. Zum umweltgerechten Gärtnern gehört aber auch das Kompostieren. Darum finden Sie bei uns auch ein Kompostiermittel aus natürlichen Hilfsstoffen, das ebenfalls von der VSBLO geprüft und empfohlen wurde. Das GOP Ökoplan Kompostiermittel einfach nach jeder Schicht Haus- oder Gartenabfall auf dem Kompost verteilen. So wird der Nährwert vom Kompost verbessert und es entsteht praktisch kein Geruch und die Zersetzung ist erst noch besser. Sie sehen, ökologische Gärtnern ist einfacher als man meint und bestimmt einen Versuch wert. Mehr als einen Versuch wert sind sicher die Produkte, die wir Ihnen heute im Markenfenster vorstellen dürfen. Wenn der Morgen noch frisch ist, ist die Lust nicht weit. Tartare ist mehr als Crème fraîche, mehr als eine raffinierte Kräutermischung, mehr als eine Spur Salz und ein Hauch von Knoblauch. Tartare, der Käse mit dem genialen Rezept. Der vollbiologische Galactina's Best Burger. In Würfel schneiden, in den Pfannen Brötchen, mit der Champignonsauce vermischen, zusammen mit Teigwaren anrichten und der Familie ein vollwertiges Menü servieren. Galactina's Best Burger à la carte. Mehr hartnäckige Flecken aus Ihrer weissen oder farbigen Alltagswäsche entfernt das neue Homo-Complet. 2,5 kg von diesem konzentrierten Vollwäschmittel sind gleich ergeblich wie 5 kg Standardpulver. Das Homo-Complet, die neue Wäschmittelgeneration für Weisses und Farbiges, offerieren wir Ihnen jetzt zum attraktiven Einführungspreis. Und ein attraktives Rezept stellt Ihnen meine Kollegin aus dem Kochstudio vor. Die europäische Küche führt uns diesmal in den Norden mit einem flämischen Rezept. Es gibt Schweizer Gotelette und dazu natürlich Pommes frites. Gotelette mit Pfeffer und Salz würzen und leicht mit Mehl bestäuben. 500 g Zwiebeln, das sind je nach Grösse 6-10 Stück, schellen und schneiden. Die Gotelette im heissen Fett auf jeder Seite gut abbraten, dann rausnehmen. Im Braten von Zwiebeln ca. 5 Minuten dämpfen und leicht salzen. Zwei Sosenwürfel in heissem Wasser anrühren und zusammen mit hellem Bier zu den Zwiebeln geben. Die Hälfte der Zwiebeln in eine Gratinform geben, Gotelette drauflegen und mit dem Rest der Zwiebeln decken. Im unteren Drittel des Ofens das Gericht bei 200 Grad eine halbe Stunde garen. Im oberen Drittel des Ofens gleichzeitig Pommes frites während 15-20 Minuten braun werden. Formservieren, fein gehackte Peterli über das Gericht streuen und in der Form zusammen mit Pommes frites und vielleicht einem Salat auf den Tisch bringen. Hat sie das Rezept lustig gemacht? In der Coop-Zeitung dieser Woche können Sie sie in allen Details nachlesen. Viel Vergnügen! Was Sie auch noch in der Coop-Zeitung finden, sind auch unsere Aktionsangebote. Da aber jetzt schon eine kleine Auswahl. Goldstar Rahmglas Vanille 1 Kilo bekommen Sie über für nur 4,90. Und 100 Gramm Tilsiter Rot oder Grün vorverpackt gibt es für nur 1,40. 3 Kilo Biancomat Compact im Nachfüllbeutel kostet nur 9,90. Nur bei Coop und in allen Top-Tipp-Filialen finden Sie diesen granitfarbigen Monoblock-Sessel mit einer hohen Rückenlehne für nur 16 Franken. Und hier noch zwei Preisabschläge. Die Pedigree Pal Selection mit Rind kostet von jetzt an nur noch 1,85. Und das Halbweissbrot, 500 Gramm, kommen Sie von jetzt an über für nur 1,75. Und falls Sie noch gerne wissen möchten, was Sie im Coop-Restaurant diese Woche für weniger als 10 Franken bestellen können, ein Rindfleisch-Eintopf offeriert Ihnen der Küchenchef für nur 8 Franken. Wäre doch gerade mal eine Abwechslung. Für heute bin ich aber am Schluss. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.